Töte mich, Batman. Ich weiß, du willst es. Nein. Was zum? Batman tötet keine Menschen, Penguin-Kopf. Du und deine dumme Regel. Ich werde niemals so sein wie du. Ich würde niemals jemandem das Leben nehmen. Denn ich bin... Batman, pass auf! Batman, der Verfechter der Gerechtigkeit in den Schatten dieser Stadt. Warte, was war das? Was? Du hast gerade gesagt, du tötest niemanden. Es ist sowas wie meine eine Regel. Ja, Batman, sieh dir mal diesen Typen da an. Er ist am Schlafen. Nein, er... Hey, warte, was? Oh, eine lustige Situation. Ihr wisst das wohl noch nicht, ja? Aber, ähm... Warte, du... du meinst das doch nicht... du denkst, der ist am Schlafen? Guck dir diesen armen, süßen Typen an. Völlig im Tiefschlaf versunken. Oh mein Gott, weißt du... weißt du nicht, was der Tod ist? Tu mal nicht so oft, dumm! Äh, Batman, du musst wissen, was tot ist. Ich meine, deine Eltern wurden erschossen und getötet. Meine Eltern wurden erschossen, ja. Aber sie leben noch. Auf einer speziellen Farm. Oh Mann. Sie leben auf einer Farm? Sie sind auf einer speziellen, befriedigenden Farm. Auf der sie Buttermilch machen. Äh, äh, ich weiß nicht mehr, was ich... Sie schreiben mir E-Mails. Wow. 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 Ich verstehe nicht, was ihr daran nicht versteht. Ich meine... Batman, pass auf! Das ist doch alles sehr verständlich. Also ich meine, das ist doch eine ganz einfache Sache. Alter, reiche Menschen leben auf einer Farm. Willst du mich verarschen? Was? Und das soll der Supertyp sein, der mich besiegen will? Ja. Also das... Wow! Oh, das ist das, worüber wir die ganze Zeit reden. Was du gerade getan hast. Du hast diesen Typen getötet. Mein Kopf hat sich... hat sich gerade ausgeschaltet. Denn du und dein dummes Gelaber angeben Nullsinn. Gott, lass mich einfach... lass mich mal versuchen, okay? Batman, was trägst du an deinem Körper? Ich trage keine Boxershorts! Ja, ja, alles klar, hör zu. Was sind diese scharfen Messerdinger an deinem Arm? Ja, das sind... dreieckige Klingen, die ich gegen meine Feinde benutze. Ding, ding, ding! Batman, also, wenn diese Metallklinge einen fleischigen Hals trifft, was passiert dann? Na ja, sie, also sie... Sie? Sie, 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 ähm... Sie schlafen ein. Genau wie ich. Und dann wachen sie wieder auf. Genau wie ich. Für gewöhnlich mit einer Latte. Nein, sie sterben! Warte, aber mein Fisch... er ist eingeschlafen. Und dann haben wir ihm das Klo runtergespült. Er schwimmt jetzt gerade im Ozean, er erlebt. Nein, er ist tot. Dr. Fischi! Nein! Weißt du, Batman, was du mit Dr. Fischi gemacht hast, hast du auch mit diesem Typen gemacht. Ich hab sie überfüttert? Nein, du hast sie getötet. Wow, Hände heben, ich verstehe jetzt das Leben. Zuerst habe ich es nicht verstanden, aber jetzt ist alles klar. Wir sind jetzt auf demselben Stand. Gut. Du sagst also, wenn ich schlafen gehe... sterbe ich. Nein, oh mein Gott, nein. Ist ja auch egal, denn ich werde dir eine persönliche Lehrstunde in... Wie war das mit keine Waffen? Das ist eine Waffe? Du bist ein Idiot! Pssst, nicht so laut. Du wechseln noch auf. Dr. Fischi! Dr. dann mal nichts sauce. Und zwar, als hier MLM mit Konfli! J обрат nivell! Ich lege. Ichuli. Ich lege.